Und weiter geht es bei FIFA, 15 anderen Saisons bei Manchester City gegen Paris Saint-Germain, bei Schnee. Ich spiel mit Manchester City, aber der Schnee. Okay, ich bin dezent verwirrt. Wow, Spiel, GG. Alter, ich... Kaum was, wollte ich schon sagen. Oh, okay. Kann man mal machen. Ah, schade. Oh Gott. Oh, das war knapp. Aber ich frage mich, hatte ich schon mal bei FIFA solch ein Schnee? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal das Spielfeld so gesehen habe in dem Spiel. Ach, Aguero. Dafür gewinnt er beinahe das Kopfball-Duell. Ah, ja, Gico ist nicht der Schnellste, aber... Oh Gott. Ich hatte eigentlich raus passen gedrückt, aber... Aber... Spiel... Noob. Ah, ich hab Ibrahimovic kaputt gemacht für fünf Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Äh... Nein, ich wollte nur oben, aber... Okay, ist nur in Ordnung. Mist. Das war schlecht. Äh, da hätte ich jetzt nicht unbedingt den Ball hingeschlagen, aber gut. Komm. Komm. Ah. So, 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 so. Ich wollte eigentlich... Nein! Uh, war das knapp. Uh, war das knapp. Uh, war das knapp. Uh, war das knapp. Ah, wieso nicht direkt auf Touré? Verdammt. Ähm. So, 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 so. Der ist im Aus. Jetzt hab ich das Räume mit meinem Adler um, das ist ja. Ich mit meinen Adler-Augen immer. Okay, der war sehr gut. Ecke. David Silva. Oh Gott. Wo geht der denn hin? Ins Tor. Wo geht der denn hin? Ins Tor. Gut. Danke. Äh, wer steht hier im Tor? Siguru? Dankeschön. So, den einfachen Kopfbein nach vorne abtropfen zu lassen. Da gehört was dazu. GG. GG. Der war etwas zu hoch. A little bit. Können wir leid, wenn wir mal für das husten, aber... Ich hab's ja in der letzten Folge gesagt. Nein. Nein. nein 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 nie nein 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 ja ich habe gedacht er hält mich jetzt so lange fest dass es elfmeter gibt aber er hat dann losgelassen? Edin Dzeko. Der Pinkie und der Brain. Der Pinkie und der Brain. Das meinte ich. Brain, 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 Brain. Nein. Oh Gott. Hau raus. Oh. So, legen wir uns mal den Ball vor. Eike. Eike. Der Breiter-Grabbit jetzt eher Freistoß, weil ich wieder so halb reingelaufen bin. Oh, jetzt hat er ihn festgehalten. Äh. Okay. Nein. Ich hab... Alter, das ist... Das ist weiß. Dauerhafte weiß ist ätzend. Hört man ja schneeblend. Oh. Oh. Das war etwas hart angegangen. Abseits. Ich hab keinen Pfiff gehört. Ich weiß, wo das gerade gefiffen hat. Aber ich hab keinen Pfiff gehört. Da, da war der Pfiff. Und ich hab mich gerade noch mal kurz gemutet, weil ich mich abgebustet habe. Boah. Fühlte fünf Stunden später kam der Pfiff. Ja. Ja. Sergeant Agu... Sergio. Nicht Sergeant. Nicht Sergeant Rumpel. Nein, das ist nicht Sergeant Rumpel. Das ist Sergio Aguero. Ciao, ciao. Goodbye. Auf Wiedersehen. Au revoir. Ja. Yes. Sieg. 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 Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt vier Siege in Folge hole. Ja. Aber da ich über meine Sechs-Minuten-Grenze bin, die ich mir selber gesetzt habe, weil eine Folge länger als sechs Minuten dauert, mache ich keine zweite Partie. Diese hat das erreicht. Würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Drei Tore. Schön rausgeführt. Ich war nur schneeblend. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.